Meine lieben Zuschauer, ich bin mal wieder hier in Ihrem schönen 21. Jahrhundert. Ich bin Wilhelm August Breed und hier ist meine Breed-Höhe. Und die Breed-Höhe, die wird noch schöner, weil es im 21. Jahrhundert einen Herrn Konrads gibt, der diese Veranstaltung hier mit einer schönen Tafel schon geplant hat, nämlich für März. Ich habe im März Geburtstag, also bald, und ich hoffe, dass wir dann wieder hier unsere neue Höhe gestalten können, so wie in alten historischen Aufnahmen, die ich mir jetzt noch vor kurzem mal in meinem Fotoalbum angesehen habe, wie es im 19. Jahrhundert aussah. Ich würde sagen, schöner. Aber vielleicht finden die Menschen das heute so, wie es ist, auch schön. Wir werden uns jetzt gleich etwas weiter hier bewegen im Barmer Wald und gehen jetzt zu Herrn Wegner. Herr Wegner war mein Nachfolger als Oberbürgermeister. Kommen Sie doch einfach mit. 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 Vielen Dank.